herzlich willkommen zu einem neuen video aus dem steinelädli heute schauen wir uns ein neues lego city feuerwehr set an die 60 279 das mini löschfahrzeug und im katalog hieß es action reicher drehspaß jetzt wollen wir mal schauen was in dieser action reiche drehspaß bedeutet und wie das ganze gebaut ist so dann öffnen wir mal das kleine set schauen wir uns erstmal die packung an ein paar flammen haben wir dabei zusätzlich zu dem fahrzeug und einen kleinen stadt shooter mit dem wir die flammen ausschießen können über sinn oder unsinn der stadt shooter möchte ich nicht urteilen das kann dann jeder für sich selber tun turning action unten ist es noch mal gelistet ja dann öffnen wir das ganze mal und wir haben zwei tütchen und eine anleitung habe ich mal gespannt wie das ganze gelöst ist mit dem turning action ob man das fahrzeug tatsächlich so steuerbar ist wie ich mir das vorstelle so genug des geraschels ok dann packen wir die anleitung zur seite bzw den katalog und starten mit dem ganzen das wollen wir natürlich den feuerwehrmann so feuerwehrhelm da ist integriert hier was haben wir noch ob und unterteil wir haben ob und unterteil das glockengeläut der marienkirche in reutlingen hört man im hintergrund so dann haben wir mal den feuerwehrmann und acht das visier brauchen noch waren wir das visier visier wo bist du hier haben wir schon mal den start shooter der ist weiß hier gibt es noch einen anderen der kriegt erstmal sein megafon in die hand so auf das megafon kommt doch was drauf nein das visier ich sehe es nicht jetzt blind naja dann legen wir es erstmal zur seite das visier wird schon noch 8 da ist es ja wird schon noch auftauchen genau so feuerwehrmann mit visier gehen wir mal hier zur seite dann kann man ihn besser sehen im bild genau dann machen wir mal weiter jetzt brauchen wir die flammen vier stück an der zahl einmal zweimal dreimal und vier mal flammen die kommen wir hier rüber zum feuerwehrmann können wir schon mal hinstellen dann kann er die schon mal löschen so und dann beginnen wir mit dem fahrzeug schritt nummer eins schritt nummer zwei das ist ja ein interessantes formteil ich baue nicht so oft city deswegen kommt mir das vielleicht nicht bekannt vor wahrscheinlich ist es kein neues ich weiß es nicht können die steinexperten dann mal hier kommentieren so das haben wir dann von beiden seiten weiter geht es mit ausschritt nummer 4 und bauschritt nummer 5 sind das neue achsen die kenne ich jetzt auch noch nicht okay die klemmen wir hier unten rein einmal und zweimal vielleicht hat das dann schon was mit der die sind so leicht beweglich die achsen die haben jetzt spiel etwas spiel hier unten in dem formteil reicht es dann schon zur lenkung aus wir werden sehen dann immer weiter bauschritt nummer 6 und hinten das hier drauf so hoffe ihr habt eine gute zeit jetzt über die weihnachtsferien die ja nicht nur die schüler haben sondern auch viele arbeitnehmer und teilweise auch selbstständige wie ich die dann zwangsweise so ein bisschen im urlaub sind aber auch nur teilweise online versand geht ja weiter es gibt immer genug zu tun gerade wenn man selbstständig so ein kleineres unternehmen hat jeder da draußen der ähnliches hat wird das wissen die abgedroschene phrase selbst und ständig bei selbstständigen wird ja dann auch zitiert so dann haben wir hier ein weißes lenkrad und weiter geht's so es kommen wieder eher bekannte elemente einmal auf der einen seite und einmal auf die andere seite gebaut dann die einmal vier plates hier noch einmal vier plate drauf so wird doch langsam hier hinten so angebaut die große zweimal vier mal vier platte habe ich mal gespannt wie die neue feuerwehrserie ach ich dachte gerade aufkleber nein das ist ein print wir haben hier ein print mit dem feuerwehrsymbol vorne aufs feuerwehrfahrzeug drauf dann die neongelb platten ist es neongelb und hierfür die blinker bzw scheinwerfer kommen vermutlich jetzt als nächstes drauf nicht fallen lassen herr baumeister so es ist ja ein kleineres set wie gesagt 9 euro 99 uvp eine der zahlreichen neuheiten dass das halbjahr 2021 im lego city feuerwehrbereich und ich bin wirklich sehr gespannt wie das fertige ergebnis aussehen wird so weiter blättern wir haben es auch deutlich über die hälfte geschafft das ist dann ja fast schon ein speed bild aber ohne speed da hinten jetzt brauchen wir mal hinten was machen was hier einmal die schublade da machen wir dann mal eine menge eiskügelchen rein was soll das sein dass das zusätzliches wasser einfach das ist einfach ein wasserbehälter wasserspender damit er da vor ort schnell löschen kann so haben alle drin ja und dann hinten drauf ok so kommen hier die seiten teile jetzt brauchen wir zweimal und dann hier hinten noch 80 von dem sich ja viele wünschen würden das mal wieder einfach eine box es gibt eine classic box wo ich nur diese dachziegel drin sind möglicherweise überlegen irgendwann mal wieder so was auf den markt bringen also die frage nach solchen steinen hört wahrscheinlich jeder lego händler täglich mehrfach so dann hier oben bauen noch ein bisschen weiter jetzt die halterung hier auf links und rechts bauschritt 30 die slopes drauf nach und zweimal dann brauchen wir natürlich auch dat uitata die blaulichter die windschutzscheibe und die motorholbe dachte ich gerade schon es ist natürlich hier das dach das sind einfach nur hier so ein geklipst so dann was haben wir jetzt noch die scheinwerfer genau die ich vorher schon erwartet hätte machen wir jetzt hier noch drauf scheinwerfer jetzt klopft es an der tür wahrscheinlich der dhl fahrer ein klamot wir sind gleich wieder da so kurze unterbrechung jetzt geht es weiter als nächstes bauen wir die reifen beziehungsweise rüsten die reifen auf mit den felgen vier mal reifen da fehlt eine felge hier ist sie also warum wollen wir sie drauf machen geht ja in beide richtungen aber geht nicht in beide richtungen dann täusche ich mich wieder so einmal ja ja die haben hier spiel doch dieses neue formteil von dem ich meine dass es neues und die neuen achsen hat das ganze spiel und dadurch wird es linkbar werden wir werden es gleich sehen so jetzt kommt hier vorne noch das räumschild das war dann hier vorne in das kugelgelenk eingeknipst schon ganz cool aus dann haben wir noch diesen stadt shooter den könnten hier hinten machen das megafon gibt es mal hinten rein und das soll wohl den wasserschlauch simulieren und jetzt kriegt hier der feuerwehr mal noch seinen aber seine spritzpistole in die hand ja und die spritzpistole wird verbinden verbunden mit dem stadt seil und jetzt kann er nämlich sieht man das in der kammer jetzt kann er sozusagen hinten mit seinem wasservorrat kleinen moment so nach noch maliger unterbrechung sind wir doch jetzt eigentlich hier fertig wir haben noch ein paar teile übrig inklusive visier das packen wir mal zur seite und haben jetzt also hier den feuerwehrmann hinten haben wir den löscher und packen jetzt mal hier auch direkt ran setzen mal unseren kollegen hier rein der muss ja erstmal zum ort des geschehens fahren da wo es brennt ich will jetzt keine städte in deutschland nennen wo es brennen könnte so und jetzt waren wir mal also er wird gelenkt durch druck nach links oder rechts je nachdem verlagert sich dann hier entsprechend das gewicht und ich kann nach links lenken rechts zurück links lenken zurück nach rechts so ist also der steuer war durch dieses neue formteil hier wo die achse letztendlich einfach ein spiel hat in dem formteil dann ist das geheimnis auch gelöst ja schreibt doch mal in die kommentare ob das also wirklich neues als ich habe das noch nie gesehen das ist für mich neu das ist jetzt nicht irgendwie lego technik sondern ein neues formteil aus der normalen lego welt so wie mir das scheint schöner kleiner flitzer gute ergänzungen für die stadt die 60 279 was denkt ihr darüber ich wünsche euch auf jeden fall einen schönen tag und baut was schönes tschau